Rock'n'Roll! Rock'n'Roll, Günther, Rock'n'Roll. Jetzt kommt... Jetzt kommt Rock'n'Roll. Gut festhalten. Tabletten. Gut festhalten. Ich fühl' mich meistens ziemlich schlecht und ich bin oft allein, weil andere mich langweilen und ich kenne mich auch nicht vor. Die Freude ist so flach für mich, die Wasser für den Mond und mich mal gut zu fühlen, ja das ist unser Buch. Aber heute geht's mir richtig gut und ich kann mich trotzdem nicht freuen. Denn mein Psychiatr hat sich aufgehängt und jetzt brauch' ich nur einen Ort. Ich brauch' mir einfach neuen Psychiatr. Ich brauch' mir einfach neuen Psychiatr. Partidrogen hat mein Gehirn zerfresst und vor Musik hatte mich nicht mehr schief gemacht. Meine Eltern waren beide alleinerziehend und die Schule hat mir gar nicht mehr gebraucht. Pornofilme hat mein Gefühl verdoppelt. Der Rock'n'Roll war ein Magnet für mich und jahrelang, weil ich verheizt habe mich aber einer ließ mich nie entspricht. Er allein hat mich gerettet, doch er kann sich darüber nicht mehr freuen, denn mein Psychiatr hat sich aufgehängt. Und jetzt brauch' ich, jetzt brauch' ich einfach, ich brauch' das eine neue Psychiatr. Ich brauch' das eine neue Psychiatr. Schreitbside Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.